jetzt kommen auf einmal nach und nach die ganzen prüfungen gegen die götter ja moin so wo sind wir denn stehen geblieben ach gott wir sind hier hinten irgendwo ja entschuldigung das wollte ich nicht das schaffen wir noch nicht das schaffen die odyssee wenn hier drüben kommen wir so oder so noch hin gehe ich mal von aus nach komm scheiß drauf machen wir hier dann da und dann da ich finde es eigentlich so langweilig hier rum zu eiern aber er geht halt nicht anders kann ich ja auch den autopilot einschalten ach das ist ein lager ich sollte mich hier nicht erwischen lassen ja moin das habe ich eben nicht geschnallt das habe ich eben nicht gerade dass hier ja schon sperrzone ist mir fehlt immer noch diese blöde mini mit gemeinsam kommst hier nicht vorbei ach das war eine quest wie ich nur dachte ich habe blätter gedrückt die truppe die truppe Achso, da sind keine Raubtiere drin. Nice. Sag mal. Na dann los, macht man. Ja, total. Ey, gar nichts hast du. Ich bin noch ein paar Leute freilassen. Stopp dich! Ich muss hier raus! Ich könnte deinen Tod ganz gewisslich ins Zähne setzen, aber ich habe... Ich ruf die Truppen! Hey, kein schwerer Schuss! Alarm! Angriff! Ja! Ich spreng dich hoch! Ja! Au! Ich sehe halt nichts. Der gehört mir! Ich sehe nur, du bist so toll! Bin im Reichweite! Achso, das ist... Ich kann ihn treffen! Wir metzen hier einfach mal alles nieder. Why not? Oh, Hallöchen! Jawoll! Die Kontakte Klinge hat mir echt gefehlt. Du hättest nicht herkommen sollen! Au! Was ist das denn hier? Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Hä? Ich bin verwirrt. Da ist ein Triple. Ja! Was soll denn hier sein? Ich sehe nur, schaue ich dir nichts. Ach, da ist der Typ. Ach, der schläft! Ja, moin! Ich finde hier gar nichts. Loll, hab ich gar nicht gesehen. Es fehlen nämlich noch drei Schätze. Ach, der ist schon tot. Ah, das war noch nicht. Das ist ein Mann. So, jetzt brauchen wir nur noch die drei Schätze. Wo sollen die denn sein? Der Pfeil zeigt ständig wieder hier rüber, aber Seno findet hier nichts. Ich bin verwirrt. Ach, jetzt. Wow, ich drehe am Rad. Das ist der nächste. Und das ist der dritte. Wir müssen dann auch mal schauen, dass wir vielleicht die ein oder anderen Waffen zerlegen oder verkaufen. Irgend so was. Ups. 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 Sag mal, kannst du auch einfach mal da durch? Okay, dann lassen wir die Ruh. Ich komme halt ganz altmodisch außenrum durch die Tür. Ich brenne dich um. What the fuck? Hey, was? Still, Sau. Oder es ist nur, dass die hier nicht skeptisch werden, weil hier so viele Leichen liegen und die laufen hier noch ganz normal Patroule. Ja, also irgendwie ist das so wild. Wild? Weird? Ach, genau. Da haben wir noch einen Schatz. Dann haben wir hier noch ein Fragezeichen. Das ist noch ein Aussichtspunkt. Okay, never mind. Wir machen hier so den Bogen. Seit wann kann ich in Sperrgebieten das Pferd hofen? Das ist... nicht üblich. Nein, nein. Ähm. Hat keiner gesehen. Kommt schon. Wem ist das in Assassin's Creed noch nie passiert? So, luller. Ich war gerade bei meinem Schmied, hat ein bisschen was verkauft. Den einen Teil, das andere habe ich zerlegt. Das ist Ayas Haus. Oh ja. Hallo. Ach, der Knochen. Das ist so viel Blut. Ich erkenne diese Maske. Sie gehört einem von ihnen. Das ist ja aus Siva. Ayas hat es die ganze Zeit behalten. Das ist der Mann, der meine Frau töten wollte. Das hat er nun davon. Wuppela. Ach, wait, stop. Ich wollte ja was anderes schauen. Guck mal. Guck mal. Äh. Die machen mich fertig hier. Diese. Egal. Der Philosoph aus Versehen. Ja, ja. Gucken wir hier noch den Schatz. Und dann switchen wir hier rüber zur Quest. Oh, cool. Gucken wir da. Wuh. Das muss ich vorsichtig sein. Das muss ich vorsichtig sein. Hier passiert nie etwas. Ich wette, bei der Lagerhalle im Süden passiert viel mehr als ihr. Oh, das ist dem zu langweilig. Gut. Weiter, Alexandria, abgrasen. Die Wachen sind überall. Hey, du. Bei Serapis. Bleib stehen. Priester. Ach, das. Was macht ihr denn auf der Straße? Die Wachen fanden heraus, dass ich die Nahrung dem Volk zurückgab. Sie haben ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Priester des Lichts zu sein, ist ein düsterer Beruf in dieser dreckigen Stadt. Ich kann euch aus Alexandria bringen, wenn ihr wollt. Aber ich kann nicht ewig auf euch aufpassen. Ich verlange zu viel von dir, Medjay. Es gibt einen kleinen Tempel nördlich von hier, der mich aufnimmt. Die Philakitai überwachen die Straßen, Medjay. Wir müssen zum Kanal. Dort sollten wir ein Boot nehmen. Ich spicke jeden mit Pfeilen, der sich uns in den Weg stellt. Seid wie Amun, Priester. Vielleicht können wir euch unbemerkt hinausbringen. Moment, wo ist denn das Questziel? Ah, da. Okay, I see. Wir müssen hier uns jetzt links halten. Komm mal mit. Nehmen wir eins dieser Boote. Das wird reichen müssen. Sieht stabil genug aus. Ich gehe zu einem Tempel beim Pharos. Die nehmen mich auf, hoffe ich. Vielleicht stimmt es, was man sagt. Alexandria ist eine Stadt voller Lügner. Ich kenne auch ein, zwei nette Menschen in Alexandria, Priester. Manchmal reicht es schon zu wissen, dass nicht jeder bereit ist, für ein paar Drachmen zu töten. Die Animation ist... Komm, wir gehen mal ein bisschen schneller. Wir nähern uns dem Arsenal, das für all das Übel verantwortlich ist. Wir werden wachsam sein. Dann haltet euch bereit. Sie verfolgen uns mit viel Lupen. Anscheinend wollen sie für die anderen Priester ein Exempel an euch statuieren. Es war doch nur Nahrung. Das Volk war am Verhungern. Tja, das reicht denen offensichtlich. Wir geben ein bisschen Gas, vielleicht können wir denen ja entkommen. Ups. Ähm. Ich kann es mal loslassen, bitte. Warum springt denn der Trottel hier jetzt ins Wasser? Das war auch noch nie mein Ding, ne? Hier wird auch die Zünder. Natürlich. Ey, du Trottel, weg dich hier hin. Auf, komm. Komm hier rüber. Sag mal, willst du mich trollen? Ein bisschen geht er mir hier auf den Zünder, ne? Jetzt komm da raus. Warten bis später. Hi, du Sehno. Danke. Ich glaube, da müsste es sogar auch eine Mission geben, die... wo man auf den Leuchtturm draufkraxeln muss. Weil, wie man schon sieht, hier hochklettern ist sehr viel... Es ist nicht ganz so einfach. Man muss auch mittendrum durch, soweit ich mich erinnern kann. Und das würde ich dann lieber gerne mit einer Mission verbinden, vielleicht das nicht zweimal machen. Ich diene diesem Tempel als ein neuer Mensch. Zum Abschied will ich dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit geben. Möge sich euer Glück vervielfachen. Hier trennen sich unsere Wege, Medjay. Ich bin nun kein Priester mehr. Lysander war mein Name. Es wäre schön, wieder Lysander zu werden. Dann gehe ich in Frieden. Lysander. Du auch, Medjay. Bayek. Vielen Dank. Gut. Wenn wir gerade schon hier sind... Gucken wir mal, ob das vielleicht die Quest hier... Ob hier irgendwo dann die Quest ist. Ich will nicht einfach auf den Leuchtturm kraxeln. Wo kommen wir schon darin? Baum zur Hülle ist die Vorderseite immer woanders, sag ich mal. Äh, excuse me? Ah. idiwache. Karradadadad concealed Press. Karradadadam. Wackelt mir nur. Zunnetz więcej. Alter. Bleibt es denlauben? Huuu. Tatsadsadadadadadam. Pfff. Ups, Entschuldigung. Ich habe eben echt niemanden gesehen. Ah, ein kleines Lager. Aua, Penner. Ui, da. Machen wir so. Oh, vai. Ey, du feige Ratte. Komm mal runter. Autsch. Uh, wo kommst du her? Mein Mausrad hier funktioniert gut. Ich kann das markieren. Oder fokussieren eher. Oh, easy. Ach ja, naja. Gut, was haben wir denn noch hier Feines? Ach Gott, hier ist ja auch noch alles voll. Das ist auch noch ein Aussichtspunkt. Ach du heiliger Bimberm. Okay. Dann einmal zu den Fragezeichen. Hey! Hey! Du darfst du vom. Du darfst du, Basta. Das war's. Ich habe F gedrückt. Ah, okay. Gut, ich wollte schon sagen. So. What next? Rache der Poeten. Ich bin halt eben noch... Es reicht halt nicht. Es reicht halt nicht. Gott, ist das belastend. Ich bin so schwach. Ist das Cäsars Garten oder so ein Scheiß? Nevermind, ist das eine Scheiß Waffenkamera. Ach so, das ist daneben. Oh mein Gott. Der zeigt mir hier aber nichts an. Äh, die sind alle ein bisschen tödlich. So ein ganz kleines bisschen. Und Zeno zeigt mir hier auch überhaupt nichts an, ne? Ja. Ich habe Angst. Ich bin so tot. Ich bin schlichtweg einfach tot. Der Schatz ist nämlich genau da. Ah! 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 Der geht noch nicht immer richtig drauf. Das hat ihm überhaupt nichts gemacht. Okay, ich muss ja weg. Ja, ne. Das funktioniert nicht. Oh mein Gott. 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 Ja, ne. Das kann ich knicken hier. Das kann ich knicken. So wirst du mir nicht entkommen. Oh doch. Und wie. Oh Gott. Königlicher Palast. Ja, okay. Ist klar. Ist okay. Nein. Dann weg. Niemand. Guck mal da, die Nadel der Cleopatra drauf. Ach man, wie komme ich denn mal schnell hoch jetzt. Ach so ein Kack, ey. Ah. Ja, Waffenkamera kann ich knicken. Königlicher Palast. Fang mal gar nicht erst an. Die Große Synagoge. Die Große Synagoge. Ich denke, da soll ich nicht gleich drauf gehen. So weit theoretisch.